Die Stille ist mein Sack Nicht aus eurer Zeitung Über la Revolution Ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt am Akta Ey, mach noch Platz da Ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf Und nicht aus eurer Zeitung Ihr wollt manipulieren und über meinen Geist bestimmen Was ist mein Leben wert, wenn man mir die Freiheit nimmt? Ich will kein Sklave sein, schick die Daten kraker heim Ihr wollt mich filtern, doch ich bin kein Kaffee und ich sage nein Das ist meine Melodie, scheiß auf euer Geld Und ich pfeife auf die Welt voller fliegender Kameras Und digitaler Todesstrafe Es gibt keine Infos, dafür Input in die Koka-Nase Erst scannen sie die Kommunikation und dann kommen sie uns zu Und aber wo bleibt unser Recht? Sorry, aber diese Zeile wurde soeben gelöscht Ihr wollt uns gerne scannen und sperren Wir freuen uns schon, uns kennen zu lernen Wir weben und wir brennen im Kern Glaubt mir, wir werden uns wehren Viva la Revolution Ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt am Akta Ey, mach noch Platz da Ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf Und nicht aus eurer Zeitung Viva la Revolution Ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt am Akta Ich hab noch Platz da Ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf Und nicht aus eurer Zeitung Ich weiß nicht, ob manche Leute keine Mutter haben Und keinen Vater haben Oder selber nicht mal klein waren Und mal auch diese Probleme haben, die wir jetzt alle haben Darüber bin ich selbst sehr verwundert Ich hab keine Frage darauf, was nur los ist Aber ihr seid schöne Menschen Danke, dass ihr heute hier seid Mir ist das irgendwie total egal, was die von mir halten Ich bin mein eigener Mensch Viva la Revolution Ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt am Akta Ey, mach noch Platz da Ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf Und nicht aus eurer Zeitung Viva la Revolution Ey, was geht ab da? Ich leg euer Pipa-Popa jetzt am Akta Ey, mach noch Platz da Ich hab meine Meinung, die kommt frisch aus meinem Kopf Und nicht aus eurer Zeitung Erstmal die Verhöhung Das ist die Macht der Menschen Egal was passiert, wenn irgendwelche ungewöhnlichen Vorkommnisse sind, reicht niemals selber ein. Wendet euch an die Ordner. Wir regeln das gemeinsam mit der Polizei. Ein kleines Wort zu den Masken, zu den Gay-Force-Vendetta-Masken, die hier stark vertreten sind. Wir haben der Polizei erklärt, dass es sich bei diesen Masken nicht um eine Verbundung handelt, sondern um eine Meinungsäußerung. Die Polizei akzeptiert das. Wir wollten diese Masken tragen. Ohne das Internet hätten wir von ACTA erst erfahren, wenn es längst zu spät gewesen wäre. Lange Zeit waren im Internet geliebte Dokumente das Einzige, was wir von den Verhandlungen um ACTA wussten. Internet steht auch für Transparenz und stellt damit einen überkommenen Politikstil infrage. Wenn wir kommunizieren, wenn wir uns verabreden, wenn wir uns kennenlernen und wenn wir miteinander teilen. Und auch wenn wir zusammen arbeiten. Zwischenfrage, wer hat aus dem Internet davon erfahren, bitte mal die Hand heben. Das Internet ist längst Teil unserer Gesellschaft geworden, Teil unserer Demokratie, Teil unseres Lebens. Das Internet ist ein öffentlicher Raum, unser digitaler Lebensraum, in dem wir aufwachsen, in dem wir uns weiterentwickeln und in dem wir andere an unserem Leben teilhaben lassen. Doch anstatt das Internet als das zu begreifen, was es ist, nämlich eine echte, eine wirkliche Chance für die Demokratie, wird weiterhin Politik gemacht, die an unserem Lebensantrag vorbeigeht. Eine Politik, die unverhältnismäßig in unsere Freiheit eingreift und dabei nicht einmal zu begreifen scheint, was sie damit anrichtet. ACTA steht für eine Politik der Intransparenz. Ein Politikstil, der nicht zum digitalen Zeitalter passt. Ein Politikstil, der die Interessen der Bürger konsequent ignoriert und heutzutage einfach nicht mehr tragbar ist. Wie kann es sein, dass diejenigen, auf die dieses Abkommen massiv Auswirkungen haben wird, nicht mit am Verhandlungstisch starten, als über ACTA geredet wurde? Wie kann es sein, dass Abkommen, die sich gravierend auf unseren digitalen Lebensraum auswirken können, jahrelang vor uns geheim gehalten worden sind? Und was muss passieren, damit die Politik endlich lernt, dass es uns sehr wohl was angeht, wenn an unserem Leben herumgefuscht wird, an unserem digitalen Lebensraum? Denn ACTA greift auch in unseren digitalen Alltag ein. Keiner hat uns gefragt, ob wir dieses Abkommen unterzeichnen möchten. Doch auch ungefragt stehen wir heute hier und sagen gemeinsam Nein zu ACTA. Ich glaube, das Internet kann unsere Gesellschaft zum Guten verändern. Und davon bin ich fest überzeugt. Das geht aber nur, wenn wir das Internet mit seinen Strukturen so erhalten, wie wir es vorgefunden haben. Wenn wir unseren digitalen Lebensraum schützen und bewahren, ihn vor Lobbyisten und kommerziellen Interessen, die unseren zuwiderlaufen, schützen und nicht zulassen, dass ihre Rechte über unsere gestellt werden. Wir alle wünschen uns ein Internet ohne ACTA, ohne Überwachung, ohne Filter und ohne Zensur. Und solange wir bereit sind, für unsere Rechte auch notfalls auf die Straße zu gehen, werden wir Abkommen wie ACTA auch in Zukunft verhindern können. Es liegt an euch, in Zukunft auch hier zu sein, wenn es um die Zukunft des Internets geht. Und danke, dass ihr hier seid. Das ist total geil. Liebe Aktivistinnen und Aktivisten für ein freies Internet und für globale Gerechtigkeit. Wir sind hier heute zusammen auf der Straße als Teil einer neuen sozialen Bewegung in Europa. In vielen Hunderten von europäischen Städten finden heute Demonstrationen gegen das geplante ACTA-Abkommen, das Anti-Piraterie-Abkommen statt. Viele tausend Menschen wollen mit uns zeigen, wer Demokratie und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit erhalten will, braucht eine kreative und solidarische Gemeinschaft statt Repression. Wir sind eine Bewegung, die deutlich macht, wie wichtig ein freies Internet und der Austausch von Wissen und Informationen für eine funktionierende Demokratie ist. Eine Demokratie, die wir in Europa ganz neu ausgestalten müssen und eine Demokratie, die bei der Aushandlung von ACTA scheinbar längst ausgesetzt war. Dieses Abkommen atmet nicht nur den Geist der Repression, es ist ein antidemokratischer Vorgang. Allein deshalb müssen die Parlamente Europas zu diesem Abkommen Nein sagen. Seit über zwei Jahren schon arbeite ich gemeinsam mit vielen, relativ vielen Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament und natürlich auch mit der Bewegung im Internet mit einigen Organisationen zusammen zum ACTA-Abkommen. Und übrigens in meiner Fraktion arbeiten Grüne und Piraten gemeinsam an diesem Thema. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Beispiel auch auf Landes- und Bundesebene Schule machen könnte. In harten Verhandlungen habe ich 2010 gemeinsam mit einigen Mitstreitern erreicht, dass das Europäische Parlament die Veröffentlichung der Verhandlungsergebnisse zu ACTA eingefordert hat. Seitdem wurde alles getan, dieses Abkommen ins rechte Licht zu rücken, nachdem man es nicht mehr geheim halten konnte. Dabei war der ursprüngliche Anspruch ja gar nicht so falsch, Marken- und Produktpiraterie stärker zu bekämpfen. Denn natürlich ist es falsch, dass ganze Industriezweige und auch Verbraucherinnen und Verbraucher unter gezielten Verbreitung von Fälschungen leiden. Doch es ist völlig absurd, dies in einen Topf mit der Durchsetzung von Urheber- und Patentrechten, insbesondere im Internet, zu werfen. Es ist ebenso falsch, ein solches Abkommen ohne Schutzbestimmungen für dringend benötigte Generika-Medizin und für Technologietransfers in Entwicklungshänder auszuhandeln. Es ist falsch, dass dieses Abkommen unter Ausschluss der Entwicklungs- und Schwellenländer verhandelt wurde. Und hier kommen wir zu einem zentralen Punkt der Demokratie. Wie kann es sein, dass eine Art der Koalition der Willigen dieses Abkommen gemeinsam möglichst intransparent verhandelt, um dann sozusagen die anderen Länder mit an Bord zu holen, die berechtigte Interessen im Rahmen der WTO immer wieder geäußert haben und deswegen nicht Teil dieser Verhandlungen waren. Hier wird die internationale Gemeinschaft aktiv hintergangen, die sich ja bereits in der WTO und in der WIPO auf Regeln geeinigt hat. Aus meiner Sicht zum Teil deutlich falsche Regeln, aber immerhin besser als das, was jetzt ACTA normiert. ACTA geht komplett in die falsche Richtung. Dieses Abkommen soll einigen einflussreichen Rechteinhabern zugutekommen, die durch teures Lobbying, jahrelanges Lobbying in Washington und in Brüssel ihre Gewinne steigern wollen. Für die Musikerinnen, für den Künstler, die Autorinnen und den Journalisten bleibt dabei wenig über. Alternative Wege zu einer Stärkung ihrer Position im digitalen Zeitalter sind Fehlanzeige. Wer das will, muss heute und hier ein klares Zeichen setzen. Und deshalb sind wir hier und fordern die Bundesregierung und die EU-Kommission auf, endlich neue Wege zu gehen. Wege, auf denen die Grund- und Menschenrechte und eine freie und offene Gesellschaft gemeinsam mit der Vergütung von Urheberrechten und Urheberinnen und Erfindern zusammengehen und sich nicht gegeneinander ausspielen. Deshalb müssen wir ACTA stoppen. Dieses Abkommen ist falsch. Und ich rufe meine Kolleginnen und Kollegen im Bundestag und im Europaparlament auf. Stoppt ACTA! Vielen Dank. Wir vom Chaos Computer Club sind Unterstützer dieser Demonstration, weil wir es wichtig finden, die größte Erfindung im 20. Jahrhundert gegen die alten Herren einer veralteten Gesellschaft zu verteidigen. In einem undemokratischen Prozess, geheim gehalten vor der Öffentlichkeit, wurde von einer Industrie-Sparte, die so groß ist wie die Waschmaschinenindustrie, ein Abkommen gekapert, welches zum Rundumschlag gegen Produktfälschung gedacht war. Wie wir alle erfahren haben, verändert das Internet die Welt. Genauso wie die Eisenbahn damals, wirft das Internet viele Paradigmen des 19. Jahrhunderts über Bord und verändern sowohl die Gesellschaft als auch die Industrie. In der Summe waren diese Veränderungen positiv. Aber es gab dabei auch Industrie-Sparten, die unter diesen Veränderungen zu leiden hatten. Und diese Konzerne bauen nun einen gigantischen Lobby-Druck auf und schrecken nicht davor zurück, zum Erhalten ihrer Frontlöck die Grundrechte der Bürger massiv zu beschreiten. Und wir sind heute hier, weil wir unsere höchst privaten Daten nicht jedes Mal, wenn wir online gehen, den Kranken-Privatunternehmen unterlassen möchten. Die Möglichkeit, dass Band als Erzeuger von Mediendaten, wie Musik zum Beispiel, direkt auf ihren Webseiten an die Konsumenten verkaufen können, marginalisiert mit meinen großen Labels. Es bedroht ihre Existenz. Und der Druck, der sich daraus entsteht, ist der Grund, warum wir uns mit solchen Abgründen kommen hier, mit Akta, mit Sofa und mit Pieper und so einem Scheiß rumschlagen müssen. Fast immer geht es darum, für bestimmte Industrie-Sparten den Status quo von gestern festzuschreiben und Fortschritt zu verneinen, als ob er weggehen würde, wenn man sich nur ganz doll genug wünscht. Wir alle wissen, dass das ungefähr so sinnvoll ist, wie Gesetze gegen die Gravitation zu erlassen, aber das haben einige von denen wirklich noch nicht begriffen. Das Internet ist unser digitaler Lebensraum. Und wir beziehen unsere Informationen über die Welt aus dem Netz. Internet-Provider sind unsere Schmittstellen in diesem virtuellen Raum. Durch Akta werden unsere Internet-Provider vor eine scheinbare Wahl gestellt. Entweder sie haften für die Urheberrechtsverletzungen ihrer Kunden oder sie lassen sich zwingen, zu dem Sheriff der Content-Industrie zu machen. Akta wird der Content-Industrie eine Macht geben, die teilweise über die Möglichkeit von Polizei und Geheimdiensten hinausgeht. Und übrigens, beim nächsten Zwischenfall werden die das nicht lange auf sich setzen lassen, aber da reden wir dann bei der nächsten Demo, glaube ich, drüber. Die Packet-Inspection, wie sich das Ganze technisch nennt, wird schwerwiegende Konsequenzen haben. Es bedeutet, dass euer Internet-Anbieter eure Kundenkommunikation ständig mithören und überwachen muss. Und schauen zu uns muss, ob ihr was Böses tut. Das heißt zu Hause, wenn ihr mich mit euren Freunden über das Internet unterhaltet, auf der Arbeit, wenn ihr mit einem Geschäftspartnern über Euräuser-Weibli telefoniert, oder auch wenn ihr unterwegs seid, um mit eurem Handy das neueste Bild von der Demo gegen Akta auf Facebook aufzuladen oder eine E-Mail zu lesen. Und das alles möglich zu prüfen, ob ihr nicht zufällig irgendwie den aktuell neuesten Song drauf kopiert. Verteilige Internet. Es bedeutet, dass eure Internet-Anbieter euch vom Internet abklemmen müssen, wenn jemand von der Content-Industrie sagt, der tut Böses. Nicht von der Polizei. Die Konsequenzen von eigentlichen Bagatell-Delikten wird drastisch sein. Und diejenigen von euch, die einen Job in der Internet-Industrie haben, werden wohl beurteilen können, dass sowas quasi ein Berufsverbot ist. Wer mit Akta und dem Urheberrechtsregime nicht einverstanden ist, muss auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren. Akta ist intransparent, undemokratisch und schädlich. Es zementiert ein überkommenes Urheberrechtssystem, verhindert Innovationen und schattet Menschen und Gesellschaften auf der ganzen Welt für die Interessen einer vergleichsweise kleinen Industrie. Wir fordern die Bundesregierung auf, sich klar von diesem Vorhaben zu distanzieren und Akta ein für alle Mal zu stoppen. Wir hoffen, dass man so triumphficht, bei dem wir nicht tun. Und Abfahrt wird so. Ui! Akta ist ein Mannsdruck, dass die Freiheit unterbrettt. Seid laut und bunt, damit die Freiheit brems gegen die Kälte. Wir wehren uns gegen diese riesen Krake, die wie Lobby geholt, unter Atemspitze sein. Wir kennen unsere Berechte und wir beschützen sie auch. Auch wenn sie wörtern uns, man muss fühlen, wir was tun. Akta ist ein Mannsdruck, dass die Freiheit unterbrettt. Akta gehört der Datum. Mit auf der Straße, ne? Mic check! Mic check! Wir empören uns über Ausbeutung für Profit. Äpfel beutet aus. Wir empören uns über krankmachende Arbeitsbedingungen. Äpfel schert sich einen Dreck um die Gesundheit seiner Arbeiter. Wir empören uns. Wir empören uns. Wir empören uns. Dass Sklavenprodukte. Dass Sklavenprodukte. Als Lifestyle verkauft werden. Als Lifestyle verkauft werden. Äpfel verhöhnt die Menschenrechte. Äpfel verhöhnt die Menschenrechte. Äpfel verhöhnt die Menschenrechte. Do you remember me? Do you remember me? Auf goodbye grüßt! Auf goodbye grüßt! Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Jürgen Studios haben die Flasen gekostet. Akta Stopp! Akta Stopp! Akta Stopp! Akta Stopp! Warum muss der erste Vertragstext geleakt werden? Man sieht aber an Akta recht deutlich, wie sehr die Situation im Argen liegt. Und selbst zu simple Dinge wie zum Beispiel regelmäßige und ungeschönte Informationen der Bevölkerung fällt manchen Leuten in der Politik sehr, sehr schwer. Auch wir hier in Hamburg haben dieses Problem. Es wird gerade in der Hafencity gebaut. Man hat uns versprochen, das Ganze kostet 77 Millionen Euro. Geheimverträgen, sei Dank, kostet das Ganze jetzt 476 Millionen Euro. Ja genau, Geheimverträge wieder mal. Wir wollen, wir, das ist Mehrdunkratie Hamburg, Transparency International und der Chaos Computer Club, wir wollen zusammen mit anderen Bündnispartnern Hamburg ein Transparenzgesetz geben. Ziel des Ganzen ist es den Bürgern, größtmögliche Klarheit zu verschaffen, was die Politik und Verwaltung in Hamburg treiben und was mit den Steuermitteln passiert. Deshalb wollen wir nahezu alle Informationen, die in Hamburg anfallen, Gesetz der Bauhollandischen Weisheit, private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen, wollen wir, dass die Daten uns zu verjüngung gestaltet werden, darunter zum Beispiel Senatsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Geodaten, Statistiken, öffentliche Pläne, Baupläne, Gutachten, sowie alle Verträge, die die öffentliche Hand mit Dritten schließt. Diese Volksinitiative haben wir im Oktober 2011 gestartet und wir haben nach nur sechs Wochen die erforderlichen 10.000 Unterschriften leicht erreicht. Wir haben 15.000 Unterschriften im Rathaus abgegeben. Wir befinden uns also auf einem guten Weg, aber wir brauchen eure Hilfe. Sollte die Bürgerschaft das Gesetz nicht übernehmen, müssen wir vom 27. August bis zum 17. September innerhalb von drei Wochen 65.000 Unterschriften sammeln, um das Volksbegehren zu schaffen, um dann nochmal dem Senat und der Bürgerschaft zu sagen, wir wollen ein Transparenzgesetz in Hamburg, wir wollen keine Geheimverträge, wir wollen Partizipation der Bürger. Und deshalb noch mal meine Bitte. Macht auf das Transparenzgesetz aufmerksam. www.transparenzgesetz.de, schaut euch an. Helft mit, dass Dinge wie ACTA mittels informierter Bürger überall verhindert werden können. Vielen Dank und stoppt ACTA! Es geht vor allem um sogenanntes geistiges Eigentum. Es geht zentral um das Urheberrecht. Es geht darum, scharfe Durchsetzungsmaßnahmen zur Durchsetzung des Urheberrechts im Internet an die Hand zu bekommen. ACTA bedroht die Freiheit des Internets und unsere Bürgerrechte. Deshalb sind wir heute hier. Deshalb werden wir ACTA stoppen. Ich möchte mit euch jetzt aber einen Sprung auf die andere Seite der Welt machen. Wenn wir an Produktpiraterie denken, sehen wir vor unserem inneren Auge in den Dritte-Welt- und Schwellenländern schnell die Täter, die dort die Fälschung herstellen, mit denen wir anschließend bedrohen werden. Ich möchte aber heute hier mit euch eine andere, eine etwas weniger beachtete Seite beleuchten. ACTA würde sich bei Umsetzung lebensbedrohend auf die Bevölkerung armer Länder auswirken. Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen warnen, dass Pharmaunternehmen mit Hilfe von ACTA massiv gegen günstige Medikamente und Generika vorgehen könnten. Und dass deswegen in Entwicklungsländern die gesundheitliche Vorsorge, Versorgung der Bevölkerung bedroht ist. Mehr als 80% der Medikamente, die Ärzte ohne Grenzen in ärmeren Ländern zur Behandlung von HIV und AIDS verwendet, um allein damit rund 160.000 Patienten zu versorgen, werden in Indien produziert. Bis zu 90% der HIV- und AIDS-Medikamente, die von internationalen Gebern, wie zum Beispiel den europäischen Regierungen, im Jahr 2008 gekauft wurden, stammen von Ginerika-Produzenten aus Indien. Für Millionen von Menschen, die derzeit eine Behandlung erhalten oder auf diese warten, wäre es katastrophal, wenn ACTA den Zugang zu diesen kostengünstigten Medikamenten versperren würde. Damit Hachfeld von Oxfam warnt vor den weitreichenden Befugnissen, die ACTA den Pharmaunternehmen einräumt. Es genügt der bloße Verdacht einer Ähnlichkeit zu einem geschützten Medikament, um per Antrag Medikamentenlieferungen von Zollbehörden stoppen zu lassen. Medizinische Hilfsorganisationen warnen davor, dass die Gesundheitsversorgung in unterentwickelten Regionen massiv gefährdet ist, da ACTA die Produktion von billigen Ginerika unterbinden würde. Außerdem sieht das Abkommen vor, dass auch Zulieferer, Zuarbeiter und Transporteure ähnlich zu den Internetprovidern im Falle einer Rechtsverletzung haftbar gemacht werden können. Allein dadurch würden die Produktionskosten für die lebenswichtigen Medikamente steigen. Viele Länder fürchten nun einerseits um ihre Gesundheitsversorgung und andererseits um die Lebensmittelproduktion, da ACTA auch Saatgut verknappen und verteuern würde. Auch Saatgut kann wie Ginerika und andere Produkte unter den Verdacht der Fälschung geraten. Sollte das ACTA-Abkommen umgesetzt werden, sehen medizinische Hilfsorganisationen erhebliche Probleme für die Behandlung von Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Schon heute erschweren Patentrechte auf bestimmte Medikamente die Versorgung von AIDS-Kranken in armen Regionen. Mehrfach im Jahr beschlagnahmen Zollfahnder in europäischen Häfen oder Airports Medikamentenlieferungen aus Indien. Dabei sollen die Europa nur im Transit passieren, um zum Beispiel nach Zimbabwe oder Malawi gebracht zu werden. Aus logistischen Gründen müssen die Organisationen die indischen Medikamente aber über Zentren in Europa, wie zum Beispiel hier den Hamburger Hafen, nach Afrika transportieren. Dabei laufen sie Gefahr, dass die Medikamente vom Zoll wegen des Verdachts der Markenfälschung beschlagnahmt werden. Und selbst wenn der Zoll dann feststellen müsste, dass es sich um legale Ginerika handelt, würden solche Transporthindernisse lebenswichtige Medikamente inakzeptabel verteuern. Ein AIDS-Kranker kann in Afrika für 67 Dollar, das sind rund 50 Euro, behandelt werden. Zurzeit. In Deutschland kostet der gleiche Medikamenten-Cocktail 14.400 Euro. Aktuell hängen etwa 5 Millionen Menschen in Afrika, die an einer AIDS-Therapie teilnehmen von indischen Ginerika. Hilfsorganisationen wie Medikor, International oder Ärzte ohne Grenzen halten die bisherigen Versuche, den Arzneimarkt zu regeln, für falsch. Besser wäre es von Indien, einfach eine Pauschalzahlung zu verlangen. Auch hätte die Farmindustrie natürlich die Möglichkeit, günstige Lizenzen nach Indien zu vergeben oder auch selbst günstige Generika für bestimmte Regionen zur Verfügung zu stellen. Wir kennen dieses Geschäftsprinzip alle aus den Supermärkten, wo wir täglich gleiche Produkte einmal als Markenprodukt oder auch als No-Name-Produkt beim Discounter kaufen können. Wir sind heute hier, um unsere Bürgerrechte und die Freiheit des Internets gegen die Begehrlichkeiten der Verwertungsindustrie, der Content-Mafia zu verteidigen. Wir sind heute aber auch hier, um Menschenleben in den Entwicklungsregionen von Afrika und Asien vor ACTA und den tödlichen Gewinnsprägen der Pharmaindustrie zu schützen. Millionen Menschen in ärmeren Ländern sind zum Überleben auf kostengünstige, generische Medikamente angewiesen. Millionen Menschen können durch ACTA sterben. Angesichts der heutigen Proteste wurde die Unterzeichnung gestern vom Auswärtigen Amt auf Eis gelegt. Das reicht uns aber nicht. Wir fordern von unseren Volksvertretern sofortige Offenlegung der immer noch Geheimprotokolle. Keine Zustimmung im Europäischen Parlament und keine Ratifizierung in Deutschland. Stopp ACTA! Scheiß auf Acker! Musik Ihr wisst, eine der Eigenschaften des neuen Ind des Internets ist, dass wir jetzt alle Medienproduzenten geworden sind. Viele von euch haben Facebook-Account, Twitter-Account, so Neigegger hängen auf Fortune rum. Ich will jetzt auch von euch auch noch richtig ordentlich laut dort sehen, dass wir mit Acker nicht einverstanden sind. Ein Typ von der CDU hat gesagt, die Netzgemeinde wird den Kampf verlieren. Challenge accepted, würde ich sagen. Der Überstattung ist okay. Kira nicht so, keine Schleunigung. Das war's für heute. Hier we go, we can totally remix this, I'm fine. I do not give you three. One step to the start, one step to the start, one step to the start, right to the chair. One step to the start, one step to the start, one step to the start, one step to the start. Right to the chair, the choice. Grüße an Mutti, das Internet ist real! Wie wir gestern erfahren haben, hat die Bundesregierung beschlossen, Akta 1-2 nicht zu unterzeichnen. Das freut uns nicht so sehr, weil die Nummer kennen wir schon. Damit hoffen sie, die Leute zu beruhigen, um in einigen Monaten dann das Ganze vielleicht unter etwas anderen Namen anders verpackt, uns doch noch andrehen zu können. Das wird nicht laufen. Frau Merkel, wir können Ihnen jetzt schon sagen, dieses Gesetz werden Sie nicht durchlächeln und durchwinken. Scheiß auf Akta! 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 Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat gesagt, dass alles, was in Akta steht, auch in deutschen Gesetzen zu finden ist. Die Vorstellung ist lächerlich und genauso lächerlich ist die Vorstellung, ein Urheberrecht, das für das Internet nicht taugt, auf dieses anwenden zu können. Das Internet ist eine Möglichkeit, sich auszudrücken, ist eine Möglichkeit für Menschen, an kulturellen Unternehmen teilhaben zu können, die sich das überhaupt nicht mehr leisten können und ist vor allem auch Arbeitsplatz. Und von einer Druckgruppe zu sprechen, wie Donald Tusk, der Ministerpräsident von Polen, das getan hat, der man nicht nachgeben darf, weil man sonst zurücktreten könnte, ist lächerlich. Wir sind keine versprengten Spinner, sondern wir sind sehr, sehr viele und stammen aus allen Schichten der Bevölkerung. Und wenn Herr Tusk sagt, er könnte zurücktreten, wenn er dieses Gesetz nicht unterzeichnet, dann verneige ich mich vor so viel Selbsterkenntnis. Denn dann, wenn er das nicht versteht, sollte nicht nur er zurücktreten, sondern alle Politiker, die nicht verstanden haben, was das Internet für uns und die Zukunft und für alle Menschen bedeutet. Und wir fordern die Politiker, die an diesem Gesetz mitgearbeitet haben, auf, ihren Kopf aus dem Arsch der Verwertungsgesellschaft zu ziehen. Und sich an einen Tisch zu setzen, mit allen Parteien, mit Urhebern, mit Verwertern und mit den Nutzern, um ein Gesetz zu entwickeln, das der heutigen Zeit entspricht und das den Interessen aller Menschen gerecht wird. Die Politik ist nicht dazu da, die Interessen von Verwertungsgesellschaften zu stützen und veraltete Geschäftsmodelle am Leben zu erhalten, die der heutigen Zeit und den technischen Möglichkeiten nicht mehr gerecht werden. In diesem Sinne fordern wir, Akte nicht zu unterzeichnen und es endlich dorthin zu schicken, wohin es gehört. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also ich wurde gebeten, am Ende auch nochmal was zu sagen. Ich denke, wir haben jetzt einiges gehört. Anne hat auch sehr gut nochmal die Kernforderungen rausgestellt, die wir haben. Wir wollen nicht Akte, wir wollen eine andere Art des Zusammenlebens im Internet mit allen gemeinsamen Kreativität und Solidarität auch fördern. Und dieser Protest, den wir hier zeigen gegen Akte, der ist nicht gerichtet gegen die Urheber, gegen die Künstler, gegen die Journalisten. Nein, er ist nicht gegen diese Leute gerichtet, er ist gerichtet gegen ein Abkommen, das das falsche Recht, das falsche Recht im Internet durchsetzen will und das die falschen Mechanismen, die falschen Maßnahmen ergreift. Die sind einfach unausgewogen und deswegen sind wir gegen Akte. Ich finde es deswegen richtig, was Anne gesagt hat, dass wir uns hinsetzen wollen mit den Politikern, ich bin einer davon, aber mit anderen vor allen Dingen, die diese Gesetze entwerfen, mit der EU-Kommission zum Beispiel, die schon Vorschläge auf dem Tisch liegen hat für die Urheberrechtsdurchsetzung im Internet. Wir wollen neue Wege, neue Alternativewege, wie die Künstlerinnen und Künstler besser vergütet werden und die Verbraucherinnen und Verbraucher, wir Bürger im Internet, ein freies Internet haben und das konsumieren können, was wir konsumieren wollen und nicht, dass die Verwerter immer mehr Geld auf Kosten unserer Rechte verdienen. Das ist falsch. Und deswegen ist es mir auch wichtig, euch nochmal zu sagen, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Wir haben hier eine Demonstration, wie ich gehört habe, mit 5000 Leuten, das ist super. Wir haben in vielen Städten in Deutschland auch Demonstrationen mit insgesamt um die 50.000 Teilnehmern. Und, liebe Leute, wir haben in ganz Europa, in fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Demonstrationen heute mit vielen tausenden Leuten auf der Straße. Das ist toll. Und ich würde euch gerne wirklich sagen, ich glaube, das ist der Beginn einer europäischen Bürgerrechtsbewegung fürs Internet. Und einer Bewegung, die für Gerechtigkeit und Solidarität in Europa kämpft. Und deswegen würde ich euch auch bitten, daran weiterzuarbeiten, weiter dafür zu kämpfen, euch zu vernetzen mit anderen Menschen in Europa und dieses Thema hochzuhalten und weiter einzufordern, dass es nicht in Richtung Repression, sondern in Richtung von Freiheit im Internet geht. Meine Kollegen und ich im Europäischen Parlament werden vor dem Sommer oder nach dem Sommer, wann genau, das wird sich jetzt entscheiden, darüber abstimmen müssen, ob ACTA kommt oder nicht. Wir werden nur die Möglichkeit haben, Ja oder Nein zu stimmen. Das heißt also, ihr müsst dafür kämpfen, dass diese Abgeordneten mit Nein stimmen, wenn ihr gegen ACTA seid. Und ich bitte euch, das wirklich zu tun, das die nächsten Monate zu tun, aber bitte dazu zu sagen, immer wieder, wir sind gegen ACTA, aber wir sind nicht gegen die Verwertung, gegen die Vergütung von Interessen von Künstlerinnen und Künstlern, von denen, die kreativ sind, von denen, die schaffen. Aber wir brauchen neue Vergütungsmodelle, wir brauchen neue Wege und die bitte auch einzufordern. Vielen Dank. So, wir haben uns zu diesem Thema, womöglich nicht das letzte Mal gesehen. Tragt das Thema weiter, informiert eure Freunde, eure Familie, eure Nachbarn. Wir werden ACTA verhindern. Stopp ACTA! Stopp ACTA! Scheiß auf 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 ACTA!